Hallo und herzlich willkommen bei Physik mit Kalle. Wir wollen uns heute im ersten Video zum Gebiet Spezielle Relativitätstheorie die Physik vor Einstein genauer ansehen. Wir lernen heute, was die Spezielle Relativitätstheorie ist, wie die Physik vor Einstein aussah, im Speziellen, was genau eigentlich der Äther ist Und zum Schluss sehen wir uns noch das Michelson-Morley-Experiment an. Dann wollen wir mal. Was ist denn nun die Spezielle Relativitätstheorie? Allgemein kann man sagen, die von Einstein entwickelte Relativitätstheorie beschäftigt sich mit der Beschaffenheit von Raum und Zeit. Man unterteilt sie in die zuerst veröffentlichte Spezielle Relativitätstheorie und die später veröffentlichte Allgemeine Relativitätstheorie. In der Schule wird allerdings nur die Spezielle besprochen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Die Zensuren eigenen Hier geht noch nicht. Tische